Was mir noch mal so aufgefallen ist, ich habe das ja für Zint und so wie du ja weißt, Zint ist ja nicht unbedingt der beste. Hilfst du so weh? Oder ich weiß, da gibt es ja genug Text auf einen Topf. Ich habe ja zwei Brotkleide von 1.5 Mark. Ja, Rotscheider. Ach, meinst du das? Die Dose? Ja, geht, geht. Wenn ich keine da habe, dann habe ich... Boah, das kann gut sein, echt. Ja, die Dose auch natürlich nicht mehr, dass ich an der Atem kommen kann. Ja, Rotscheider, Rotscheider. Ja, nebenbei... Ja, klar, ordentlich, ja. Du, aber das Neue ist, muss ich auch nicht gut sein und will auch nicht fehl sein, ne? Ja, das mag ich holen. Ich will den Betrieb, den du, äh, Rotscheider. Irgendwas werde ich da schon finden, ne? Und, 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 was du sagst, ist da die... Ja, sowas, ne? Äh, können wir doch mal ein bisschen Testbetrieb machen. Ja, Rotscheider, da muss man sich auch noch zufrieden geben mit dem Kram, was man hat da, ne? Ja, 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 ja. Ich kann die Kumpel nicht mehr hören, und der war am Schödel, da, ne, am Schödel, der hat das echt geglaubt, du hört mich noch was zu hier sprechen, du? So, und, ja, gut, ich muss jetzt hier rein gehen. Das Ding ist da, das Ding ist, da, das Ding ist. Da ist es, da ist es, da ist, da ist, da ist es, da ist es, da ist es, da ist, da ist es, da ist es, da ist. Ja, aber, ich kann es doch nicht, das mal was zu sein. Ich bin ja ein bisschen schnell, ohne, was muss ich jetzt da auch nicht sein, aber nicht. Ja, ich guck mal, ich finde da immer...